Okay, verstehe ich das richtig. Ich gebe ihr also die erste Pille und warte bis die Blutung anfängt. Innerhalb von 48 Stunden, genau. Und dann gebe ich ihr die zweite und ich stoppe die Blutung wieder. Genau. Wie soll ich ihr denn zwei Pillen unterjubeln, ohne dass ihr was merkt? Dann lass dir was einfallen. Verpasse heute Abend die erste und dann werden wir irgendwann am Freitag die ersten Blutungen einsetzen. Am Freitag machen wir doch unsere Party. Ist doch perfekt mit so vielen Leuten. Darüber lass die zweite Pille einfach mir. Jetzt schau mich nicht so an. Ich versuch dir nur zu helfen. Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Du kannst jetzt bitte mit diesem scheiß Handy aufhören. Ich komm nach sechs Monaten aus Afrika zurück. Nach sechs Monaten harter Arbeit. Und du empfängst mich so. Ja, wie? Ja, keine Ahnung wie. Entschuldige, das ist Leo. Och Mon Ames. Duhst du lustig. Du hast aus Afrika gek época鬼. Ja, sag。 Du bist noch measuresες전에 Kitapäne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017